Marian Gäppli, Bestplayer im heutigen Spiel gegen Twizzards. Das erste Spiel haben wir gewonnen. Das zweite Spiel hat es verloren. Wie hast du den Einstieg in die Nationalliga erlebt? Als erstes denke ich, dass ich sehr genossen habe, dass ich in den nächsten Riga spielen konnte. Das Tempel ist sicherlich schnell, aber wir haben es schon lange gewonnen. Im ersten Spiel ist es besser gewonnen. Jetzt im zweiten Spiel ist es echt so in den Liga gegangen. Wir haben uns am nächsten Tag gewonnen, um den Anführungszeichen zu wechseln. Sie sind gleich mit Lady 2 zu 0 in den Rückstand geraten. Sie haben nachher zurückgekämpft in den Spielen. Wie hast du das gesehen auf dem Spielfeld? In diesem Spiel ist es sicherlich mit den Kampfpasten noch viel gemacht. Wie wir uns vorhin gesagt haben, dass wir es nicht probieren. Es geht ab sehr schnell. Aber dann haben wir mit vier Kampfpasten wieder recht ergegeben. Gut, das geht dann auf den Wolkenland weiter. Was ist euer Saisonziel? Ich denke, das ist sicherlich. Das erste Ziel ist, dass wir uns interessieren mit dem höchsten Spielfeld. Dass wir Fortschritte machen über den Saison. Und wie es uns dann vorfühlen. Merci viel, Marianne. Gute Heimreise.